Hey Leute! So, heute dürfen wir das vierte Türchen unseres Adventskalenders öffnen. Auch heute habe ich wieder einen tollen Gewinn für euch dabei, den ihr abstauben könnt. Nämlich der Feldspaten mit Hülle Typ BW Farbe Oliv. Das Teil ist richtig, richtig geil. Das ist auch was für Ultralightpacker, weil es kaum Gewicht hat. Ihr müsst halt damit leben, dass die Schaufel kleiner ist, klar. Auch hier hat der Sägezahnung an einer Seite. Auf der einen Seite eine glatte Schneide, die ihr auch anschärfen könnt. Keine Panik, euer Klappspaten wird nicht so geliefert. Das kommt halt einfach nur davon, dass ich das Teil in der Hackenfunktion als Kochstelle nutze, indem ich hier mein Kochgeschirr draufstelle und das dann über Lagerfeuer brutzeln lasse. Wenn euch das nichts ausmacht, dass der Lack abgeht, dass das ein bisschen rostet, könnt ihr das so benutzen. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch allen viel Glück bei der Teilnahme. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut, bis dann, ciao.